Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxes. Ich habe mich jetzt entschieden, welchen Champions-Style ich Chicharito gebe und es wird Finisher werden, weil dadurch bekommt er nochmal eine bessere Schusskraft und einen besseren Distanzschusswert. Vielleicht macht er dann halt eher nochmal Zaubertore plus er bekommt nochmal mehr Körperkraft dazu und ich hatte halt auch das Gefühl, er ist einfach am Ball teilweise körperlich etwas zu schwach, deswegen will ich ihn einfach noch mindestens zwei Spiele testen und gebe ihm jetzt den Champions-Style Finisher, den ich auch noch einmal habe, sehr schön. Ja und ich hoffe, dass es halt wirklich dazu führt, dass er jetzt sich besser anfühlt, geileren Scheiß macht, ich weiß nicht, ob es so kommen wird logischerweise, aber dieser Finisher Champions-Style ist halt super preiswert, also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier die fette Kohle verschwende. Zur Not haben wir nochmal Stindel, ich glaube, ich würde da nochmal Stindel testen, einfach in der Hoffnung, dass Stindel, ja, einfach in der Hoffnung, dass Stindel dann halt vielleicht noch besser ist als Modest, weil ich bin echt gerade ein bisschen verzweifelt wieder, was die Auswahl meines Stürmers angeht. Ich muss halt leider im Nachhinein wirklich sagen, Aubameyang war der beste Stürmer und wenn ich die Kohle hätte, würde ich mir halt Aubameyang wieder kaufen. Könne ich mir vielleicht sogar, wenn ich alle Infos verkaufe, die ich gerade nicht brauche und so, könnte ich mir den vielleicht sogar leisten, aber habe ich eigentlich gerade keinen Bock drauf. Also die nächste Team of the Week, das nächste Team of the Week kommt auch und so, deswegen La Cassette würde ich mir halt auch gerne wieder gönnen, da kostet auch der Movember mittlerweile, glaube ich, sogar 90.000. Das ist nicht so einfach, das ist nicht so einfach und Aubameyang würde ich dann wahrscheinlich, wenn ich ihn wieder kaufen würde, mit dem Champions-Style Maestro spielen, damit halt sein Passwert verbessert wird, weil der war halt echt nervig teilweise. Und ich habe einfach einen Spielstil, wo ich einfach einen mitspielenden Stürmer brauche, jetzt aber Konzentration hoch wird das Spiel. Ach nee, Moment mal, ich habe doch Piss-Check immer noch nicht Shadow gegeben, meine Fresse. Zum Glück habe ich noch dran gedacht. Ja komm, wir geben ihm mal Hunter, geiler Champions League Style für den Verteidiger. So, Shadow. Jetzt ist unsere Abwehr erstmal noch besser und ich hoffe, ach, ich wollte mir was Neues zu trinken, und fällt mir gerade ein. Moment mal, ich muss mir was Neues zu trinken und meine Flasche ist leer und da ich keinen Bock habe, die Aufnahme abzubrechen, mache ich das jetzt einfach, während die Aufnahme läuft. Moment. Okay. Na, so da bin ich wieder und dann würde ich sagen action konzentration hochhalten volle konzentration anständig sitzen bei gegenturnen die eigenen fehler identifizieren und dann wird alles gut kommen wir mit blau gegen schwarz so relativ dunkle blau gegen schwarz toll gut bundesliga oder la liga la liga ich denke halt auch generell dass die meist mit la liga spielen werde ich mit bundesliga eher durchschnittlich schwaches team würde ich sagen zwei gute infos aber ansonsten ja nichts besonderes das heißt wir haben wieder mal das bessere team ich bin gespannt wenn man das erste mal auf ein stärkeres team treffen wird auf jeden fall auch irgendwann passieren bin ich mir eigentlich ziemlich sicher sehr schön von bentalab oh nein ich wollte eigentlich einen kleinen schlenker machen gemacht von piscek so chicharito mit finisher ich bin echt gespannt da wollte ich den ball stoppen und den gegner abhalten und er lohnt es dann dass der gegner einfach dran vorbeiläuft an mir und den ball hat ganz konzentrierter ruhiger aufbau haben das bessere team schon wieder dieser blöde schatten da unten schön gemacht und so gratis ja zum glück ich habe gehofft dass er diesen überfrühten abschluss nochmal wählt das war natürlich ja die flanke hätte ich nicht gedacht dass die riskant kommt von hummels war aber dann trotzdem im endeffekt mein fehler darf ich halt so eine flanke nicht spielen wenn die da nicht kommt kann ich kann ich von glück sagen dass wir hier es klappt gerade irgendwie nichts ist was auch nicht das klappt gerade sehr schön und läuft wieder in die falsche richtung als ich in den lauf schick das war schön durch kombiniert und dann hat müller halt einfach diesen krassen abschluss also man kann es halt nicht anders sagen wäre halt schön wenn es auch mal ticciarito so zeigen würde aber gut er hat wie gesagt zwei spiele gnadenfrist und dann kommt wahrscheinlich stindel wieder und dann testen wir nochmal stindel oh gott wie mir das auf den sack hier diese ständige getestet ey ich frage mich halt echt was passieren würde wenn ich jetzt hier informherrnandes rein nehmen würde ich war ja kurz davor die mir nochmal zu kaufen das kann ja nicht sein hab 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 oh was wie schlecht also er muss er muss hier das 1-1 machen ich hab direkt auf passen gedrückt und sokrates wieder mal kriegt den ball nicht los aber egal wir führen 1-0 wir haben hier natürlich riesen glück es müsste schon lange 1-1 stehen 1 aber wie gesagt beim ersten bei der ersten chance da war es meine schuld okay die flange darf ich nicht so spielen auch wenn ich davon ausgegangen wäre dass die halt easy kommt beim bei dem ding jetzt hier konnte ich absolut nichts dafür ich meine ich drücke direkt auf passen mit sokrates und er spielt ja den ball nicht weg was soll ich da machen wenn er den ball durchlässt dem bilder dann dann haben wir wieder ein bisschen glück ok konzentration kommt das zweite turmbach einfach konzentrieren ja da wollte ich direkt passen er macht es leider nicht schade der hätte auch nicht zum abschluss kommen müssen wir waren vorher dran dann bin ich ganz zufrieden mit dem spiel kommt mir ja auch zu einfach durch mit seinen pässen das gefällt mir nicht jetzt ist er mal hingeblieben das war schön das darf auch nicht passieren ja da geht natürlich davon aus dass reuss weiterläuft und da nicht einfach komisch stehen bleibt ein tick weiter links und alles ist gut aber ruhig bleiben wir führen immer noch wenn auch nicht ganz verdient schön gemacht von hummels schön gemacht von hummels schön gemacht von hummels ja schicciarito hält auch wieder nicht den ball es ist er macht einfach er macht einfach keine gute was ich wollte gerade sagen er will doch nicht den ball er macht einfach keine gute figur aber wie gesagt das spielen das nächste hat er noch die chance muss er einfach nur entgegen gehen hat er den ball nicht zufrieden sein wir machen einfach keine abschlüsse mehr ich vollidiot das war aber gerade auch unendlich dumm der pass von mir warum mache ich denn den irgendwas umstellen ich bin gerade nur schlecht und ich habe ich bin ja trotzdem defensiv ganz okay ich lasse es mal so wir führen muss einfach nur meine mein spiel nach vorn wieder besser im griff bekommen wie gesagt gerade eben der letzte pass mal bezeichnen dafür dann geht es auch so dass ich mir jetzt eine wechselt own so dass ich nicht auf hummels gehen ist denke ich komplett klar Gut gemacht von Sokrates Aber unglaublich, dass dieser Pass komplett falsch geht Aber er hat es dann auch so ultra schlecht ausgespielt Da geht er zu zweit aufs Tor Sehr schön Ja, ich habe gehofft, dass er um den Gegner rumcurlt Aber das macht er leider nicht Knapp Und da arbeite ich mir auch mal nach hinten mit Schwerer Pass Der war auch unter Bedrängnis, aber trotzdem Das war ein schöner Pass von Chicharito Fuck Der Pass soll auch eher wieder kommen Ich stehe stundenlang genau im Pass Der Passweger macht ihn halt trotzdem Schwacher Abschluss Ich meine klar mit links Vielleicht kann ich ihn perfekt da aufziehen Aber wie gesagt Ich erwarte halt einfach, dass ein guter Stürmer da auch mal alleine was macht Er macht es halt einfach nicht Schöner Pass War nicht der Plan, den Glubs zu schießen Logischerweise War auch nicht der Plan, den in den Lauf zu spielen Das war wie doll So jetzt erstmal wechseln Wie gesagt, wir müssen ja mit wechseln nicht unter dem Berg halten Da wäre er eh wieder von allen die Fitness regenerieren Ich bin echt am überlegen, ob ich dem keine zweite Chance gebe Dem Chicharito Der ist einfach schlecht Ich muss es leider so sagen Fuck mein, warum? Ich komme nicht drauf klar, dass er schlecht ist Er macht einfach nicht Das ist einfach nicht gut Das war jetzt für mich nicht gut Sehr schöne Grätsche Ja, den muss er machen Den muss er machen Der ist alleine vom Tor, verdammt Klar muss er den machen Mann Ah ja, ich spiel dich noch im Spiel Du kriegst dein zweites Spieltest Aber den muss er ja auch machen Die macht der Torhüter, wenn er da steht Tomplett alleine Man kann natürlich sagen Gutes Stellungsspiel Er hat die Pace, um sich da frei zu laufen Aber trotzdem, Mann Es ist halt jetzt einmal gewesen Ja, ich spiel noch ein Spiel Das war wahrscheinlich jetzt auch der Deckel Also es war schon ein schönes Tor Aber Also schön, das heißt Schön ist jedes Tor Wichtig war es vor allem Aber Der Pass auf Müller war natürlich grandios Ich weiß gar nicht, ob den sogar Chicharito schon gespielt hatte Aber der war natürlich der Dosenöffner Wenn er jetzt natürlich noch ein Tor macht Müssen wir mal Ein paar Minuten spannen Aber ich verteidige jetzt auch Eigentlich ziemlich gut Er hat am Anfang wirklich gute Chancen gehabt Dann hätte ich mich nicht beschweren müssen Wenn er 1-0 in Führung geht Oder dann auf jeden Fall auch noch Den Ausgleich macht zum 1-1 Aber danach war es das eigentlich für ihn Er hat sein Anfangsglück Nicht genutzt Er ist eigentlich sogar rot Das war eine traumhafte Vorlage Und den muss Müller eigentlich reinmachen Das war nur Alu Das heißt Chicharito hat eigentlich jetzt schon wieder 2-Score-Punkte in dem Spiel gemacht Also das eine Spiel hat er sich jetzt auch redlich verdient Schade Aber es muss er halt auch mal machen Wenn man nicht gerade fühlt Oder häufiger machen Verdammt nochmal Es reicht halt nicht nur einmal gut zu spielen Ich mache Abschluss Aber es ist halt auch nur Pato Und kein Ronaldo oder so Und ich glaube das war auch kein Inform-Pato Achja ein Kopfball-Duelle hier im Mittelfeld Verliert eigentlich Chicharito alle Aufgrund seiner Körpergröße Obwohl er Sprungkraft 99 hat Aber es spielt halt einfach keine Rolle Das heißt halt auch wieder bei mich Dass das einfach nicht so gut programmiert ist Was die Kopfbälle angeht Weil wenn nur Körpergröße entscheidend wäre Dann bräuchte man auch den Wert Sprungkraft nicht Und dann würden halt auch Kleinere Stürmer wie Falcao Oder Chicharito Und selbst Klose war nicht der größte Stürmer der Welt Die würden dann halt einfach viel seltener Kopfball-Tore machen Es gehört halt auch einfach Technik dazu Sprungkraft Und ja die wird ja auf jeden Fall vernachlässigt in dem Spiel Tore Einmal Hernandez Einmal Müller Wie gesagt Es hätte definitiv eine Vorlage von Hernandez noch kommen können Und noch ein zweites Tor von Müller Aber naja Kann man nichts machen Ich freue mich erstmal Dass er wieder was gezeigt hat Und Dass wir gewonnen haben Und ich hoffe Dass er jetzt im nächsten Spiel auch nochmal was zeigt Gucken wir mal Ansonsten weiß er Bescheid Wenn er noch nichts zeigt Dann kommt Stindl Ich gebe ihm jetzt natürlich nur Bronzeverträge Zwei Stück Falls ich ihm Falls ich ihn nach dem Spiel Nicht nochmal spiele Dann hat er halt noch genau einen Vertrag Dann können wir eigentlich auch direkt großen Vertrag geben So Konzentration meine Freunde Wieder schön hochhalten Die Konzentration Und am besten den nächsten Sieg einfahren Vor allem aber eben Zu den eigenen Fehlern stehen Und versuchen Chicharito wieder in Szene zu setzen Ich habe auch Weil ich habe nie versucht Mit ihm irgendwas Besonderes zu machen Ich habe ihn ganz normal gespielt Oh das ist erstmal Ein krasses Team Auf jeden Fall Auch die komplette Hintermannschaft In Form Schade Das hätte ich mir gerne noch ein bisschen länger angeschaut Aber okay Ich weiß nicht Ich glaube besser als meins war es noch nicht oder Haben wir das nicht genau angucken können Ich hätte vielleicht mit Piszczek schießen sollen Ich dachte mir Piszczek hatte ich den allerbesten Schuss Und habe gedacht dass ich nochmal auf Chicharito ablegen kann Nicht damit ich ihn in Szene setzen kann Und erst einen Scorer Punkt mache Sondern einfach nur damit Ich jemanden zum Abschluss bekomme Der rein theoretischerweise halt den besseren Abschluss hat Und das hat dann leider zum Fehlpass geführt Schade Den vereier mal leider den Ball Dann reußert er auch Macht sich hier sehr ruhig Oh er hat auch Robben Alter jetzt rückt doch mal den Ball raus Scheißlacker ey Oh ich bin die ganze Zeit dran Das ist glaube ich auch Info Werner Ich bin die ganze Zeit dran Er kommt nicht durch Deswegen macht er den Distanzschuss Und er geht natürlich rein Oh ist das bitter ey Aber das ist halt ein Tor Ich kann nichts machen Wenn ich noch aggressiver verteidige Dann ist er halt durch Und dann sorgt das nur dafür Dass er halt Einen deutlich einfacheren Abschluss bekommt Also in dem Zusammenhang kann ich nur hoffen Dass er entweder Kann ich nur hoffen Dass er entweder halt irgendwann einen Fehler macht Im Passspiel Oder dass er den Distanzschuss sucht Weil den Distanzschuss Und auch mit Werner Der ja nicht der beste Distanzschütze ist Weil der Distanzschuss halt nicht so oft drin sein wird Aber leider hat er halt hier das Matchglück Und macht das Ding halt rein Aber wie gesagt Ich denke da kann ich mir wenig Vorwürfe machen Es war eigentlich sogar ziemlich gut verteidigt Das anders zu verteidigen Wäre halt absolute Katastrophe Weil jemand wie er Dann definitiv durch ist In allermeisten Fällen Und das fast immer dazu führen wird Oh fuck So was habe ich halt gehofft Auf jeden Fall auch das 1-1 Na kommen wir noch ein paar Tricks Und dann verlierst du den Ball Einfach ruhig bleiben Einfach ruhig bleiben Das ist halt nicht ruhig bleiben Vor allem halt in vom Sommer Und nicht Team of the Group Stage Vielleicht müssen wir dann auch mal die Formationen wechseln Vielleicht müssen wir dann auch mal die Formationen wechseln Einfach ein bisschen Glück Da passt wieder ein Scheiß ausgeführt Was Mach den doch einfach rein Achso Ecke Alles klar Ich dachte schon Er hätte trotzdem reingehen können Und Ja Das war glaube ich ein CPU-Kopfball von Sokrates Endlich mal wieder einer da reingeht Das war glaube ich ein CPU-Kopfball Ich glaube ich habe Chicharito gesteuert Aber die springen genau gleich Die haben die genau gleiche Animation Von daher Ich weiß es nicht Ob ich vielleicht doch noch Sokrates gesteuert habe Aber ich glaube ich habe Chicharito gesteuert So oder so Geil dass das Ding reingeht Und ja Er macht ein Lackertor nach einem Distanzschuss Ich mache eins nach einer Ecke Why not Geil Danke Schiri Oh knapp Da hätte er sich auch mal durchwurzeln können Sehr schön Okay wir sind dran Aber das ist bisher auf jeden Fall der schwerste Gegner in der Weekend League Kann man nicht anders sagen Ich würde sagen Formation können wir so lassen Nachdem wir jetzt unentschieden spielen Ich hätte es halt nur geändert Wenn wir noch im Rückstand gewesen wären So Konzentration einfach hochhalten Konzentration einfach hochhalten Dann können wir auch das 2-1 machen Gegner ist auf jeden Fall nicht schlecht Das ist auf jeden Fall bisher der beste Gegner Ich muss einfach nur konzentriert spielen Keine Aufbaufehler machen Sichere Pässe Hintenrum spielen wenn es nicht anders geht Und weiterhin so verteidigen Auch wenn das 1-0 durch das Abwarten der Verteidigung gefallen ist Es war Gegen die Spielweise von ihm Definitiv Die richtige Medizin Scheiße Da geht Müller Da geht den Bähler aber auch richtig einen blöden Weg dann Hätte er sich deutlich besser anbieten können Neuer Piss-Deck gefällt mir auch richtig gut Komm, 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 komm Ach, schade Der macht immer irgendwann einen den Fehler Das ist gut Ich halt leider auch Fuck, man Aber es war da auch so eng Fuck you Leider gut rausgespielt Und mein Fehler war es Den Spieler von Sanchez wegzuholen Ach, Abwehrfehler Aufbaufehler vorher Dass ich mit Piss-Deck über außen den Ball verliere Und hier ziehe ich halt Den Verteidiger von Sanchez ab Das ist, glaube ich, Sokrates Den darf ich halt nicht abziehen Scheiße Aber egal Wir haben schon in der ersten Hälfte Den Rückstand aufgeholt Wir holen auch jetzt den Rückstand auf Oh, was ist denn das? Wom geht denn der Spieler weg? Das war ein Traumpass Egal, ruhig bleiben Also das Robben zu dem Kopfball kommt Ist natürlich grau nach verteidigt Aber da konnte ich diesmal Definitiv nichts dafür Ich muss mal wechseln Denn Bill hat keine Pace mehr Ich will noch Pace von Bidal Ich wollte gerade sagen Man kann doch Robben nicht so alleine laufen lassen Komplett bescheuert, ey Diesmal war es mein Fehler Dass ich zu weit weg war vom Tor Fuck Also das Spiel Wenn ich es jetzt verlieren sollte Was wahrscheinlich ist Ist es auf jeden Fall meine Schuld Hab nicht das Maximum rausgeholt Und der Gegner gewinnt Verdient Ich werde jetzt ins 4-3-2-1 gehen Und offensiver spielen Aber wie gesagt Es ging mit dem zweiten Tor los Das darf halt nicht passieren Das war mein Fehler Und leider vom Gegner gut rausgespielt Natürlich ist es trotzdem irgendwo lucky Dass er zwei Distanztreffer macht Angefangen beim 1-0 Und dann das 3-1 Aber ich kann das 3-1 Da lasse ich halt Robben zu frei laufen Und das 1-0 Okay, da habe ich halt einfach Pech gehabt Aber zwei von den drei Toren Die er macht Kann ich halt verhindern Und dann steht es hier halt 1-1 So, jetzt aber mal kurz überlegen Achso, wir könnten eigentlich gucken Ob er direkt den dritten noch auswechseln Fällt mir gerade ein Bentaleb, Bentaleb Es wäre jetzt eigentlich nicht so dumm Noch einen Offensiven reinzunehmen Weil wir brauchen jetzt eigentlich Offensivpower Deswegen nehme ich mal Aber wobei Latze hat ja trotzdem einen guten Distanzschuss Ah, Belarabi hat insgesamt den besseren Abschluss Ne, ich lasse es mal so Und Belarabi hat auch einen guten Distanzschuss Müssen halt zwei Tore aufholen Das ist halt schon viel Boah, schwacher Pass wieder Fuck, man So, jetzt soll ich das einmal sein So, jetzt kann ich es mal so gut Einmal an So, jetzt kann ich es mal hier lohnen So, jetzt kann ich es mal hier So, jetzt muss ich ein bisschen Ich muss jetzt das 3-2 machen, sonst ist die Chance vorbei. Schön mitgenommen von Müller. Oh, da wäre sowas von rein. Krass gehalten von Sommer schon wieder. Fuck, Mann, was packen wir denn die in letzter Zeit für Paraden aus? Das ist jetzt generell die Tourhüter, nicht nur Sommer. Ja, wir verlieren leider zurecht und ich bin echt ein bisschen angepisst deswegen, weil es meine eigene Schuld war. Guter Spieler und da muss man halt einfach 100% Leistung bringen und der soll natürlich nicht dahin gehen. Und die 100% Leistung habe ich nicht gebracht, die zwei Tore, die zwei letzten waren zu verhindern. Ich habe sie nicht verhindert. Eigene Schuld, muss man leider so sagen. Muss man leider so sagen. Aber so müssen die Spieler ablaufen. Genau so, wenn ich Fehler mache und wenn es meine Schuld ist zu verlieren, ich denke, in der letzten Weekend League hätte ich jetzt noch rumgejammert und rumgeheult und erzählt, wie unfair das doch ist und was für ein ungerechter Sieg das doch ist. Aber der Sieg ist absolut gerecht, weil beide Tore habe ich selbst verschuldet. Die hätten so nicht kommen müssen. Der Gegner war dementsprechend besser, hat meine Fehler ausgenutzt und gewinnt hier absolut verdient. Und damit muss ich einfach leben. So, blöderweise hat Herr Landes wieder nichts gemacht und hat sich auch nicht krass angefühlt. Hat auch nichts gemacht, hat einfach nichts gemacht. Fuck man. Das Einzige, was Herr Landes bisher positiv macht oder wo er positiv auffällt, ist halt wirklich seine Pässe. Also er fühlt sich halt agil am Ballern und passsicher. Das heißt, er wäre eventuell interessant als ZOM, aber da Müller einfach so ein krasser ZOM ist, werde ich ihn nicht testen als ZOM. Also es bringt einfach nichts. Mittlerweile habe ich auch schon so viele Spieler gespielt in FIFA 17, dass ich mir halt relativ sicher bin, dass es nicht sehr viel mehr Besseres geben wird als Müller, also was das ZOM angeht. Da fällt mir gerade ein, was kostet denn eigentlich, was kostet eigentlich ein, ein Scream of the Weak, Müller. Der ist doch, der ist doch, den kann man doch als Stürmer spielen. Der wird wahrscheinlich scheiße teuer sein, oder? Ansonsten, ja, warum habe ich noch nicht an den gedacht? Verdammt nochmal. Der wäre ja auch eine Option, aber die Kohle werde ich niemals haben, meiner Meinung nach. Er wird halt super teuer sein. Es gibt ihn als RM, selbst da kostet er mittlerweile so viel, was? Okay, ne, 160.000, das geht noch, genau, ZOM. Ja, ich habe es mir gedacht, das ist halt nicht wert, niemals. Weil ich kann mir für die Kohle auch einfach Aubameyang kaufen und ich glaube, Aubameyang geht dann besser ab als Müller. Ja, den gibt es halt einfach so selten, dass er da so teuer geworden ist, schade. Ja, da werde ich wohl Stindl spielen. Das ist natürlich bitter, bitter, aber es tut mir leid, Tichari, du ziehst einfach 0, 0, 0, 0. Er fühlt sich scheiße an, er macht keine Tore. Was hat er denn? Knie. Oh, für Knie könnten wir aber sogar was haben. Knie, nur 1 oder was? Naja, aber dann können wir jetzt theoretischerweise ja Latza ein Spiel lang spielen. Und dann fällt halt Vidal ein Spiel aus. Also das geht ja auch noch. Dann spielen wir jetzt einfach Latza ein Spiel lang und dann nehmen wir Vidal wieder rein. Latza ist ja auch ein guter Sechser, von daher passt schon. Ja, und Chicharito, 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 ei, ei, ei. 3 Scorer-Punkte in... Selbst wenn ich jetzt sagen würde, wir ziehen 2 ab, dann hat er halt 3 Scorer-Punkte in 6 Spielen. Toll, davon waren fast keine Scorer-Punkte in der Weekend League. Und... 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 Ich glaube, wir dürfen nur 1 Spiel abziehen. Und... Er fühlt sich halt auch kacke an. Das wird einfach nicht funktionieren. Nicht geil zumindest. Fällt mir gerade ein, ich habe ja noch Modest auf dem Transfermarkt. Ich habe ihn ein bisschen überteuert reingestellt, weil er momentan halt echt viel wert ist. Aber so wie das momentan aussieht, könnte es halt echt sein, dass wir auf Modest wieder zurückgreifen müssen. Und das wäre dann halt ziemlich doof, den Verkauf zu haben und ihn vielleicht teurer wiederzukaufen. Deswegen nehmen wir den mal zurück in den Verein. Aber vom Gefühl her, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber vom Gefühl her würde ich sagen, Stindl hat... Was passt denn jetzt? Achso. Vom Gefühl her würde ich sagen... Ne, Moment mal, ich bin doch in der Bundesliga, Weekend League, oder? Hä? Wo ist denn das Team? Ach hier. Ja, bin ich doch drin, was passt denn da jetzt nicht? Ach, keine Ahnung. Egal, ähm, was wollte ich sagen? Achso, Moment mal, ich habe irgendeinen reingepackt. Genau, das passt natürlich nicht. Ja, jetzt müssen wir natürlich hier... Moment, ist ja egal, ist ja ein anderes Team. Muss ja niemand sein, den wir spielen. Ist ja scheißegal, ich brauche nur jemanden auf der Bank, der passt. So, und was wollte ich sagen? Ja, genau, es tut mir echt leid, ich werde Ticharito einfach nur behalten. Oh, das gibt's gar nicht, ey, das gibt's gar nicht. Ich komme nicht drauf klar, ich komme einfach nicht drauf klar. Stindl, Stindl, zeig mir mal deinen Stindl. Ach ja, Stindl ist noch ein MS. Und den haben wir ja auch mit zwei verschiedenen Championship Styles gespielt, und ich glaube, er war dann doch mit Hunter ein Tick besser. Weil man darf halt nicht vergessen, selbst wenn ich nicht alleine aufs Tor zu rennen mit dem, spielt ja auch die Geschwindigkeit einfach eine Rolle, wie schnell kann ich mich in Position bringen. Wie schnell, wenn ich zum Beispiel mit Reus oder mit Dembille über die Außen laufe, ist ja auch die Frage, wie schnell kommt Stindl hinterher und kann sich anbieten. Deswegen glaube ich, dass ich ihn doch wieder mit Hunter spielen werde. Ich glaube, mit dem Champions-Style hat er mir besser gefallen. Ja, wenn wir ihn jetzt direkt zum Stürmer machen, hat er zehn Chemie, das gefällt mir eigentlich besser. Ja, und ich werde, denke ich, wieder Hunter nehmen. Er hat schon ein gutes Dribbling, hat sich, glaube ich, auch so schon gut angefühlt, was das Dribbling angeht. Ich glaube, den Hunter haben wir jetzt einige Male gehabt. Was? Was? Hunter? Achso. Ich weiß nicht, wieso, aber die Dinger, die nur auf Pace und noch irgendwas anderes gehen, die werden echt spezial aufgeführt, statt dass das jetzt hier offensiv ist. Ja, Tempo Schuss auf jeden Fall. Weil ich denke halt einfach, die Tempo, die spielt dann halt auch einfach in Situationen eine große Rolle, worüber ich sonst so nicht nachgedacht habe. Also in Position laufen. Wenn ich langsam bin, brauche ich ja länger, um mich in Position zu laufen. Und ich glaube, er fühlt sich halt auch schon so ganz geil an. Und aus diesem Grunde... Stehende, bitte, 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 sei mein Heilsbringer. Dreh durch, bitte, bitte mach geilen Scheiß, Mann. Ah, das testen wir dann logischerweise im nächsten Spiel. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Wir können mal noch, bevor ich es vergesse, Fitness geben. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Wahrscheinlich sogar etwas längerer. Ich mache was zu essen. Ich werde dann noch eine Runde baden gehen und wahrscheinlich einen Film angucken. Und dann noch ein paar Spiele heute Nacht machen. So, dass wir dann wahrscheinlich wieder auf 18 Spiele kommen für Samstag und Sonntag. Wir haben jetzt natürlich Freitag. Ein bisschen schade, dass wir das Spiel verloren haben. Aber wie gesagt, es war absolutes Eigenverschulden. Wir hätten zumindest nicht über diese zwei Gegentore verlieren müssen. Das erste Gegentor war einfach nur Glück vom Gegner. Damit kann ich leben. Wir haben es ausgeglichen. Haben auch Glück gehabt in einem Tor. Tor Nummer zwei, Tor Nummer drei. Abwehrfehler, Tor Nummer zwei. Da habe ich den Innenverteidiger nicht abziehen von Sanchez und muss Robben weiter mit dem Plattenhub verteidigen. Weil es war ja auch nicht notwendig, ihn da zu doppeln. Er stand ja nicht in guter Abschlussposition und hatte den Ball auf rechts. Da kann er eh nicht schießen. Und in der zweiten Situation lasse ich Robben halt viel zu viel Platz. Also das war halt einfach dumm. Da habe ich auch irgendjemanden abgezogen von Robben. Von daher. Naja, bis zum nächsten Mal. Euer Paxes und traurig um Second Info im Hernandez. Aber kann man nichts machen. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.